Für ein Europa, in dem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer starke Rechte haben. Wir wollen ein Europa, in dem gute Arbeit für alle vorhanden ist. Ein Europa, in dem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Freizügigkeit haben. Ein Europa, in dem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch in Schleswig-Holstein unterstützt werden. Ein Europa, in dem zum Beispiel auch in Schleswig-Holstein eine Beratungsstelle für europäische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die hier bei uns Arbeit finden und zu unserem Wohlstand mit beitragen, auch Unterstützung finden, damit sie nicht in prekären, schlechten oder gar unwürdigen Arbeitsverhältnissen arbeiten müssen.